Für alles kann man ein Feuchttuch verwenden, findet Tom für das Marmeladengesicht, für Fäkalien verklebte Hoden und wenn das Kind ins Auto gekotzt hat. Vielleicht kann man das noch lernen, das Schamlose, auch noch in meinem Alter, so wie Italienisch oder Klavierspielen. Wenn Tom nachts die Arme nach ihr Haus streckt, spürt sie, dass ihre Vagina sich zusammenzieht wie ein beleidigter Mollusk. Zehn Jahre jünger auszusehen ist eine Pflicht geworden. Wer will schon mit 59 wie 59 aussehen? Zu Hause, im Kindergarten, bei den Großeltern. Überall bückten sich Frauen aller Altersklassen zu den Geschirrspülern. So etwas gräbt sich natürlich ein in ein Bubengehirn. Erst spucken die Kinder die Brust aus, dann verbergen sie ihre Genitalien und schließlich ziehen sie aus und uns bleibt der Garten. So geht es vielleicht allen. Nach außen spielen sie das Glück vor und heimlich rechnen sie nach, ob sich eine Trennung ausgeht. Das Paradies gibt es nur im Doppelpack mit dem Ehemann. Nur, dass sich eine Trennung nie ausgeht. Eine Trennung passt einfach nicht ins Budget.